So, jetzt haben wir auch das nächste Ziel. Okay, jetzt kann ich nochmal die Nebenquest rein. Genau, die Nebenquest, die ich jetzt hier reingenommen habe, die ist komplett im nächsten Bereich. Na, super. Gut. Ach, wir haben sogar eine Slack-Aufzeichnung bisher aufgesammelt. Sehr gut, obwohl die Quest nicht aktiv war. Das heißt, wir waren gründlich, ausgezeichnet. Super, Mu. Ich weiß noch nicht, wo wir die eingesammelt haben, aber egal. Ist egal, das Ergebnis zählt. Der Weg ist das Ziel und man denke sich weitere philosophische Sprüche dazu. Hier sind noch mehr Slack-Proben. Oh, hier sind wieder solche Brutalo-Granaten. Brutalo-Granaten? Brutalo, ja, aber keine grünen, nur so ganz normale graue Granaten-Mods. Na ja, zum Verkaufen kann man sie mitnehmen. Hier. So, oh, oh. Hallo, mein Freund und Kupferstecher. Eine Schrotflinte lohnt sich echt, aber nur, wenn ich ganz nah rangehe, weil es eine Genauigkeit von 10% hat oder so. Oh. Doch so viel. Ja. Wo ist denn das Vieh? Ah, ja. Zeig dich, zeig dich, du Sau. Hallo? Ah, jetzt ist er da hoch. Ne, jetzt ist er da runter. Hä, what? Are you kidding me? Au. Gott, wie lange das zum Nachladen braucht. Ich schmeiß die Schrotflinte weg. Au. Nee, nee, auf die Distanz kannst du das vergessen. So, wunderbar. So. Ah ja. Oh, what the fuck? Oh, nee. Oh, nee. Wer kommt jetzt? What the hell? Ja, schon wieder. Wo haben wir denn Korrosionsschaden hier? Ja, jetzt kratzt doch halt ab, Mensch. Niemand braucht euch. Nee. Außer vielleicht dieser Jack. Sag mal, wir ballerten hier so mit diesen Riesen... Wow. Das kommt ganz da oben. Ah. Komm, ich mach doch nur kritischen Schaden jetzt grad zusammen, Mensch. PWR, Lauda, sie haben sogar ein paar, äh, hier, ne? Ja, ja. Das ist zum Luftzufächern. Hm, natürlich. Das wird's sein. So, ist mit's. Gut, Nuddle Stalker mit Korrosionsschaden kommt vielleicht jetzt nicht so gut. Nee, bringt nix. Feuer! Feuer und Elektro, das geht ganz gut hier bei denen. Ja. Ist er denn? Da. Brenn, du Sau. Fertig, oh, nee. Au. Ja, nee, ist klar. Ihr mich auch. Sekunde, wo ist's denn hier? Es landet schon direkt vor meiner Nase. Ja, doch, ey. Are you kidding me? So, och, Freunde, ich kann so nicht arbeiten. Bad Astor, Kai, yay. Genau. Komm her, du Sack. So, am Arsch. Gut. Im ganzen Sinne des Wortes. Oh, super bad ass. Was? Werf mal eine Panne von deinen neuen Granaten unter seinen Arsch. Ha! Das hat gar keinen Schaden gemacht. Super. Moment, ich wollte's erstmal meine Konkursionswaffe wieder so. Wow! Wow! Oh, fuck, da kommen noch mehr. Kleiner. Oh, das wär gut. Ich bräuchte grad einen so, nebenbei. Hier ist einer bei mir. Oh, Gott, wo bist du? Ach, scheiße. Oh, ich bin aber auch fast tot. Das ging schneller als erwartet. Dieser PWR-Loader war fast tot. Und dann sowas. Mein Körper! Wow! Ich bin auch fast tot. Und wo bin ich jetzt gespawnt? Jetzt schieß doch! Komm, komm, komm. Den krieg ich, den krieg ich. Ich krieg dich, du Sau. Los! Gib dein Bestes! Ja, ja, ja! Ich krieg ihn, ich krieg ihn, ich krieg ihn. Ja, ich hab ihn! Die Sachsen-Nasen-Blub. So. Eine... Insel mit zwei Bergen. Eine interessante Shotgun für dich. Die lass ich dir mal liegen. Dankeschön. Und... Klassenmod Dieselsichel. Allerdings für den Pycho. Ne, ich nehm den mal mit und verkauf den. Pycho. Ich hab irgendein Sirenen-Ding vorhin noch irgendwann eingesammelt. Kann ich dir auch gleich mal... hinwerfen. Ich weiß gerade aber nicht genau, was das bringt, weil ich's mir nicht angeguckt habe. Na, toll. Oh, ja, sehr gut. So. Das dachte ich mir. Gott, ich bin so nett. Vielen Dank. Bitte, bitte, bitte. Da, ne Klasse. Äh, aber nur so... Oh, das ist nur so ein Schild-Ding. Also, wirst du wahrscheinlich nicht brauchen. Achso. Schild-Lade... Schild-Lade... Ja, Gott, ich nehm sie halt mal zum Verkaufen mit. Aber ansonsten... Ach Gott, Mann. Ist die jetzt nicht so der Mörder-Börner. Man gönnt sich ja sonst nix. Nein, das tut man wohl nicht. So. Mach mal weiter. Joa, hilft ja nisch, ne? Eben. Yay. Oh, warte, hier gibt es eins in den Käfigen. Jaja, von wegen, hab keine Angst. Die kommen nicht an dich ran. Die kommen mir da wahrscheinlich, mhm... Ah, hier liegt was, hier liegt was. Ähm, ähm... In dem anderen Raum, da? Ja, hier. Hier drüben, aber da komm ich nicht ran. Ich glaub, da müssen wir dann irgendwie... Komm auf die Karte, wir müssen irgendwie... Slack-Experiment-Aufzeichnung hier irgendwo... Hier geht's rein. Da liegt noch Iridium. So, jetzt mal ganz flockig bleiben. Ah, hier ist ne Slack-Probe. Ah, sehr schön. Ich glaub, die ganzen Türen werden noch aufgehen, dann können wir uns das einsammeln, da. Ja, denk ich mal, hier ist noch ein bisschen was zum Einsammeln. Mach ich mal gerade. Oh, was ist aber denn hier drin? Ah! Die Aufzeichnung, vielleicht? Nee, ein Beute-Zwergen-Pionier-Sack-Gesichtiger. Boom, Baby. Ich wollte eigentlich nur die Slack-Experiment-Aufzeichnungen aufnehmen. Was ihr mir antut. Aber lasst meinen Mann gehen. Er hat Schüttelfrost und ist für eure gottverdammten Experimente ohnehin völlig nutzlos. Bitte lasst ihn gehen. Hohohoho. Gott. Nennen Sie mich nicht. Dieses Versuchsobjekt ist für unsere Zwecke ungeeignet. Sein Mann hat Schüttelfrost. Er könnte sich angesteckt... Hey, du hast doch ne Frau, hm? Und die willst du doch sicher nochmal wiedersehen, hm? Das können Sie nicht. Ich höre immer noch keine Schreie. Oh, nö, ne? Nein, scheiße, Entschuldigung. Jenkins, was war denn das für einer? Keine Ahnung, ich wollte nur an die Kiste gucken. Mann. Wow, was ist das denn für ne Waffe? Die ist ja... Hat der gerade eben gedroppt, oder was? Scheiße. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hab ich die aus der Seen aufgenommen? Oder hab ich die jetzt... Ah, nee, das war dieses Stabbing Rifle. Explosivschaden. Okay. Nice. Brauchst du noch irgendwas von den Granaten-Mods hier? Och, Leute! Also die Schrot-Finte ist geil, aber die schießt leider nur wieder Explosiven-Kram. Alles in Ordnung? Mir geht's gut? Ja. Alles in Ordnung? Mir geht's gut? Wow! Das sieht nach Granaten-Moddy aus. Turbulent Mongol, aber ein Raketenwerfer. Hm. Aber sie ist orange. Und zum Verkaufen. Ja. Ist doch super. Why not? Alles verkaufen. Und jetzt? So, willst du eine von diesen Granaten-Mods? Ich hab mir schon einen genommen. Da gab's einen mit null Sekunden Explosionszeit. Ich guck mal gerade, ob ich den einen... Der macht zwar viel Schaden, aber der hat auch ziemlich lange Explosionszeit. Was hab ich denn jetzt im Moment? Oh, ist aber besser als meine, auch mit der Explosionszeit. Dann nehm ich lieber die. Alles klar. Juhu! Yay! Ja, bist du denn wahnsinnig? Oh, oh, da hinten ist irgendwas Brennendes hinter der Tür. I don't like this. Ich auch nicht. Dem Zeug werden wir gleich Hallo sagen können. Hast du sie gefunden? Geht's ihr gut? Keine Ahnung. Oh, geht's ihr gut? Sieht aber anders aus. Ähm. Äh. Äh. Oh. Äh. Oh, nö. Also, aber sein Vogel war doch gar nicht weiß. Das kann doch gar nicht sein. Und es ist nur eine Feder von Bloodwing. Genau. Sohst du Bloodwing? Oh, ich hab sie vor ein paar Stunden verlegt. An einen etwas dramatischeren Ort. Bloodwing ist nicht da? Verdammt. Jack verrascht uns. Äh, warte mal. Warte mal. Da rührt sich was im Observation Wing. Vielleicht haben sie sie dort hingebracht. Arbeite nicht weiter durch das Reservat vor, Amigo. Hey. Alles, was mir gerade eingefallen ist? Es ist Fressenzeit. Jetzt kommen sie. Mö. Na, kommt her, ihr kleinen Mistbacken. So, Sekunde. Was nehmen wir denn am besten? Feuer ist vielleicht jetzt nicht die erste Wahl. Boom, Baby. Da ist noch Sirenen-Klassen-Mod. Ich nehm sie mal mit. Angucken tue ich es mir später. Wow, Badass. Au, au. Au, au. Ich seh überall Fleischstückchen um mich herum explodieren. Ja, besser als wenn du dich... Oh Gott, ich bin schon wieder fast tot. Ich muss erst mal... Ich hab noch 68 Läden. Explosionen, yay. You und Hu. Hilfe, Mutti. Sind die von den Kieffigen auch gleich zu uns rüber gerannt? Ah, guck mal. Jetzt kriegen wir die Sachen hier. So. Ah, super. Au. Oh, 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 oh. Achtung. Was bist du denn? What was that? Es war ein Stalker. So, haben wir hier noch mehr Sachen? Pistolen mit 265 Schaden. Mann, Mann, Mann. Ich pack mal ein. Ja. So, mal gerade gucken. Ich nehm ja lieber die mit... Slippery Injector. Ach, Explosivschaden ist aber doof. Oh, da haben wir noch Korrosionsschaden. Ja, ich da ein... Ah, okay. Au. 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 You are kidding me. Noch einer irgendwo. Ich hab schon wieder so ein Unsichtbarkeitsgeräusch gehört. Wump, wump. Hm. Draußen irgendwo. Ah, ja. Da unten. Wow, der ist aber... Okay. Der ist fertig. Oh, Manu. Manu. Achtung, da ist noch einer. Wow, ii, Fleischstückchen. Ja. Ja, sah jetzt gut aus. Schön. Yummy. Ah, guck mal, noch ein Echo. Nein, bitte nicht. Was ist hier los? Was soll das? Heute ist ein großer Tag, Maya. Heute kannst du deine erlernten Fähigkeiten endlich anwenden. Wer sind diese Leute? Terroristen, Verbrecher, Schurken. Du willst sie vernichten. Das ist deine Pflicht. Dafür hast du trainiert. Was? Um unbewaffnete Männer hinzurichten? Zweifle nicht an mir, Kind. Diese Männer sind eine Gefahr. Bruder Harker, bring den ersten Sünder. Jawohl, Bruder Soffes. Auf die Knie, Sünder. Oh Gott. Nicht sie. Nicht sie. Was hat dieser Mann getan? Ich war's nicht. Ich verspreche's. Ich bezahle. Ich bring euch den Zelt. Ihr seid jetzt in der Pflicht. Das sind doch nicht in meine Nähe. Was? Hör nicht hin, Kind. Exekutiere die. Ach, scheiß drauf. Was tust du, Kind? Lass mich runter. Okay. So, haben wir's jetzt? Ich glaube, sie sind fertig. Oh Gott. Dieser Penner. So, also um was geht's jetzt hier? Die Sirene und so. Ich hab keine Ahnung. Es geht um Maya, aber... Und sie sollte irgendjemanden hinrichten und dann hat sie gesagt, scheiß drauf und hat die anderen irgendwie hingerichtet oder was? Genau, irgendwie so was. Oh, hier liegt was. Achso, das war schon. Ist da unten noch irgendein Gang oder so? Na, du fragst da. Zu unserem Questort da in der Ecke. Hinter dem Wasserfall. Ich habe keine Ahnung. Nein, nix. Oh, wie lame. Dann halt nicht. Dann eben nischt. Deine aktuelle Schrotflinte verbraucht mit einem Schuss vier Kugeln. Vier Schrotrationen. Ah, Sniper. Sehr gut. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Das war ne schöne Zeit. Darausel gehen und so. Und überhaupt. Oh, nee. Ich möchte hier nicht runter. Oh, nee. Schkecks. Egal, was für Anwendungsmöglichkeiten es hat, aber lass mich bloß in Ruhe damit. So, ich brauche Gesundheit. Jawohl, dankeschön. Genau, das war mein Punkt. So viele Fleischstückchen. Oh, Eridion. Also, wenn alle meine Explosionskugeln treffen, mache ich 5000 Schaden mit dem Ding. Boah. Das ist ordentlich. Ja, dafür fliegen die Dinger mega lang. Hm. So, wo sind denn hier die ganzen... Äh... Oh, hier kann man nicht aufmachen. Wie kommt man denn da rein? Karte sagt mir gerade nix. Ah, okay. Was hast du getan? Die Tür ist doch einfach aufgegangen. Oh, gut. Dann ist es ja gut. Kontinie die Iridiumfässer. Außer, sie haben vorher einen Hyperion-Techniker verständigt. Vorzugsweise einen mit Kamera. Was machst du denn da? Äh, so ein Badass-Slack-Skack kaputt machen. Jetzt gib doch mal nicht so an. Erschieß mal den Ami-Jungen da hinten nicht. Das ist der Empfangschef. Und hier sind Klassen-Mods. Assassine, Assassine. Es ist das Geschenk der, in Anführungszeichen, die Fütterungszeichen sind täglich mittags. Oder wenn ein Zuwerfer in ein Gehege fällt. Plasma-Caster. Oh, hier ist der Stuhl im Weg. Äh, ist eine SMG. Guck dir das mal an, das wäre was für dich. Oh, ja, die ist geil. Die ist, oh shit. Ähm, da war gerade ein Kampfingenieur. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Moment, ich gucke mir gerade mal die. Genau, ich lass mal so lange nebenbei die nächste Slack-Experiment-Aufzeichnung laufen. Ich beginne mit Slack-Injektionen bei Versuchsobjekten, die von Hyperion-Kontaktpersonen angeliefert wurden. Name der Kontaktperson? Äh, Flashstick. Keine Sorge, mein Engel, es wird alles gut. Zieh nicht hin, mein Schatz. Du schlägst dich so leuer. Ich benötige noch eine Echo-Aufnahme, dann habe ich alle Daten zusammen. Ah shit, jetzt habe ich fast nur, äh, jetzt habe ich nur SMGs und das geht wieder in die... Ja. Aber wenn du eine SMG zu viel hast, kannst du mir gerne diese ultra-seltene geben, die du gerade aufgesammelt hast. Nein, die ist ja noch eine der besseren, die habe ich ja gerade ausgewechselt. Oh, das für ein Laser. Laser, bitches. Sag mal, jetzt laber hier doch nicht die ganze Zeit, Mensch. Was tue ich hier eigentlich? So, Quatsch, wollte ich gar nicht. So, jetzt. Autsch. Au. Who is shooting at me? Da hinne! Da hinne! Die Säcke! Jetzt fall halt rum! Du Sack! Dreckischer Bullloader! Ihr stürzt mal. So, hier, ein bisschen Gesundheit für dich. Bin ich nicht nett? Vielen Dank! Oh, hier liegt noch eine ganze Menge. Oh, ja. Das sind die letzten zwei Experimentdinger, die wir brauchen. Super. Hast du die Slack-Proben gefunden? Fantastisch! Hinterleg sie bei Roland, sobald du mit einer irrelevanten Beschäftigung fertig bist. Was heißt hier irrelevante Beschäftigung? Hast du ein Problem? Du dumme Kuh! Ja, ich würde auch sagen, dass wir so langsam mal gucken, dass wir irgendwo einen Speicherpunkt finden. Ja, das wäre nicht schlecht. Das wäre wirklich nicht schlecht. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Gut, dann sind wir ja schon mal hier auf einer, äh, und so. Ja. Ebene. Am besten wär's ja noch, wenn dieser Bereich jetzt hier bald einendet. Ich tue da, glaube ich, auch, oder? Ich will's hoffen. Oh, Gott. Der kann dir jetzt auch nicht mehr helfen. Scheiße! Hilfe! Gott, was geht mit diesem Korrosionsschaden? Meine Fresse! Ja. Man, ich komm, ich komm, ich komm. Huch bleiben! Okay. Ähm. Wir brauchen noch eine Aufzeichnung hier irgendwo. So. Ups, Entschuldigung. Kein Problem. Jetzt hab ich irgendwas eingesammelt. Ich wollte nur... Zwei Assassinen-Klassen-Mods hier wieder. Oh, nicht schon wieder! Ach. Selbstmordviecher. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Bleib stehen! Bleib stehen! Ich bleib den Kenne. Lassen Sie sie von Ihrem größten Badass bewachen. Sollte aber kein Problem für dich sein. Ich wollte dich nur warnen. So. Ah, super. Das ist aber nett. Und wie. Okay. Okay. So. Okay. 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 Okay.